Hallo meine Lieben, heute im Magischen Spiegel eure Tagesenergie für den Mittwoch, den 10.02.2016. Einfach ab dem Zeitpunkt, wo ihr das Video entdeckt und seht, gilt diese Karte oder diese Energie für eure 24 Stunden. Heute hätten wir die 10 der Stäbe. Die 10 der Stäbe könnte vielleicht ein bisschen bedrückend sein, ich weiß ja nicht. Ja, vielleicht habt ihr vielleicht ein bisschen viel Arbeit oder einfach etwas, was euch irgendwie belastet. Das kann, muss aber nicht. Die Umwelt kann auch belastet sein oder so. Ja, das ist einfach eine allgemeine Energie und ich bin sehr gespannt, wie auch mein Tag war. Und die Auflösung bekommt ihr dann auch dazu in den nächsten Tagen und natürlich auch mehr Infos zu der Tagesenergie im Allgemeinen. Ich habe jetzt auch den Service eingerichtet, die Tageskarten sowie auch spezifische Karten für den jeweiligen Tag, für den Gefühlsbereich, wie es euch geht, wie es uns so geht und wie es finanziell so aussieht. So etwas kann ich dir persönlich für die ganze Woche erstellen. Diese drei Karten immer am Tag, ja, also so jeden Tag drei Karten, kann man sagen, zu den Bereichen, die ich gerade genannt habe oder für den ganzen Monat. Schreibt mir einfach eine E-Mail und die Sache ist nicht sehr teuer und wir können, das können wir dann auch gern so machen. Ja, danke fürs Teilen, fürs Liken und fürs Abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.